20 Jahre 20 Songs, heute Digital Underground mit ihrem obergenialen Album Sex Packets. Ja, war ich damals verliebt auf Klassenfahrt in Mädchen und einen sehr romantischen Song. Ja, muss ich immer an sie denken, auch wenn es keinen Sinn macht. Humpty Dance und ähm, der rappt darüber, dass er der Humpty ist und da war immer noch ein anderer Typ und dann haben die Humpty gefragt so, warum ist denn das mit deiner Nase so, bei YomTV Raps und der hat gezählt, ja, Unfall und so und ich habe gedacht so, ja, okay, der hatte einen Unfall, deswegen hat er die Nase, also ich habe, man hat halt alles irgendwie geglaubt. Und noch eine interessante Background-Information, Tupac, eure ganze Gangster-Ikone, kommt eigentlich aus der Crew und war hier damals Background-Dancer und sie haben auch seine ersten Songs reproduziert. vielleicht ganz interessant, West Coast auf jeden Fall. Ach ja, und als wir aus Klassenfahrt waren und ich in die Alte so verliebt war, dachte ich so, als wir mit der Fähre nach Venedig gefahren sind, ich muss vorher pissen. Also ich kann doch aushalten, meine ich. Aber ging nicht, also musste ich dann über die Reling pissen und dabei habe ich dann Humpty Dance gehört. Nee, das stimmt nicht.